Mann ey, so dachst du, da komm ich gar nicht drauf klar Ich hab nen Tropenfisch geangelt Tropenfisch? Trogenfisch? Trogenfisch? Chris ey Chris ey Geiler Fisch Wir müssen jetzt mal gucken, was der Tropenfisch einbringt Chris ey Du geile Schnittchen Oh 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 Was Oh Zerstört Oh 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 Nein, 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 nein. Okay. 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 Ahh! Oh man, die facken Luft besser als hier. nee 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 ich suche was nee nee hab gar keine was brauchst du denn? Drogen. Ey sag mal was brauchst du? Ja Drogen, brauchst du welche. Brauch Blätter. Da musst du ja Niklas fragen, ob er welche hat. Niklas? Ich hab grad meine Hula-Armee hier am Städte. Hast du Drogen? Hey. Ich hab Drogen. Geil. Bahnhof morgen? Haha. Alles klar. Kuss auf die Musch. Bis später. Ich hab Drogen. So, jetzt wollen wir dann die Inneneinrichtung machen, dafür nehme ich mir auf jeden Fall Stein mit, Eisen nehme ich mir auch nochmal mit, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich hab da noch irgendwo die Eisentüren von Niklas, was sind denn die? Wo hab ich die hin? Äh Niklas, das was du unten bei deiner Kühlschrank hast, ist ein Spender, ne? Ja. Äh, ja, ok. Äh, ja. Äh, ja. Ich werde Platz machen. moöööö meioöuu Hier ging dens Spender noch mal. ich habe gedacht dafür brauchte man bogen das machen wir uns auch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020